Wir trotzen der Dunkelheit. Und nichts kann uns aufhalten. Willkommen meine Sturmtruppler. Auf vielfachen Wunsch geht es mit Kratos weiter. Ihr habt es mich wissen gelassen in den Kommentaren und in den Likes unter den Videos. Also geht es weiter. In bekannter Umgebung. Bei dieser rätselhaften Wand. Das hier leuchtet doch schon irgendwie so ein bisschen komisch. Hier ist irgendwo ein Hinweis also. Ich glaube die Ringe müssen sich drehen. Och echt? Dann gehen wir da hoch. So. Falscher Knopf. So. Er ist ein kleiner Schlaumeier. Ah. Du könntest die Zahnfeder bestimmt einfrieren. So. Dann schauen wir mal. Lass mal das Treffen. Was soll das bringen? Ja. Hat sich noch nicht viel getan. Gleich muss uns irgendeine Musch da ergeben. Der Teil ist richtig. Das Äußere stimmt noch nicht. Ich sehe Runen. Nein. Stimmt's? Schreibe die Runen mit deinem Messer in den Sand. Wirklich? Kinslow. Es ist was passiert. Uiuiuiui. Das Stargate öffnet sich. Hat geklappt. Es presst vorne. Jetzt kommt ein riesen Vieh raus. Achtung. Und schnappt er sich einfach weg. Er trennt einfach. Nein. Totes Mutig. Ich bin froh dass wir Brock getroffen haben. Aber noch froher dass wir von hier verschwinden. Das liegt jetzt hinter uns. Es sind lauter Markierungen an der Wand. Ob die was zu helfen haben. Da geht man nicht drauf in wenn ich dran lauf. Wir klären da immer vor. Um dabei jetzt so viel zu finden noch. Wie sieht unsere Gesundheit aus? Wir sind eigentlich voll. Kleiner. Ja. Das ist nur Deko. Deko. Irgendwas passiert gleich. Junge. Diese Spuren. Ein Keiler? Nicht sicher. Ich finde ihn. Los. Ja stimmt ja. Wir haben ja eigene. Fähigkeit vernachlässigen. Wir waren ja eigentlich auf der Jagd. Achso. Dann haben wir doch schon mal bekämpft. So weit. Joge. So weit. Joge. Der Feuertürb ist der... ne, der ist nicht von uns. Komm her! Aha! Wir können ihm machen, noch mal ein bisschen Damage. Aber der Brenneffekt ist langwierig. Wow, das war's für uns. Ach, Mann. Bin soweit! Okay, im Schild geht's. Cool, blau, cool, blau, blau. Okay, jetzt reicht's. Oh, Mann! Ah! Ah! Morde-morde! Ah! 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 Von Flatsch! Die Kämpfe, die Kämpfe! Interessant, was macht das Dorf, ne? Autsch! 1 2 2 4 7 7 7 8 8 9 Wir werden gucken, ob wir die ganzen Heilmittel mitmachen können. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Überhaupt nicht brutal. Oh, das war eine neue Sache. Immer her mit deinem Zeug, immer her mit deinem Zeug. Ein Flächenangriff. Ja, das wollen wir doch. Dankeschön. Gut. Und wie löse ich denn er aus? Kriege ich doch den Knopf erklärt? Das ist der End. Dann geht der andere. Ah, okay. Wie geht er? Ja. Hm. Hier, was steht da? Die Meuren, sie bringen nichts Gutes. Oh, sie müssen alle drei schlagen. Äh. Wer kriegt das da auf dem Tor überhaupt? Bisschen niedriger. Bisschen niedriger. Dann schauen wir doch mal rein. Ist mal ein Keggrab. Wird ja so ein Apfel gefunden. Okay. Wo geht's hier? Oh, das kann man zerschlagen. Docker mal hochklettern. Ich muss noch weiter hier oben gucken. Und jetzt? Ich hab' fast nicht gesehen. Ich hab' nur gehört. Wer geht ohne das so genug? Das war nur für das bisschen Klegel hier. Halt, das ist nicht. Gefäße. So, dann müssen wir doch mal kurz umgucken. Passte. Geht's hier weiter, oder? Das sieht aus, als würde es da weitergehen. Dann guck mal noch mal dahin. Da konnten wir mal klettern. Ja, an der Wand konnte mal hier klettern. Dann gehen wir da jetzt mal hoch. Also, da wird wahrscheinlich ja nur das Sohn werren hochkönne. Was? Ist doch nix. Ich hab' vier getrickt, statt zu klein aufzuwerfen. So. Kleiner, mach deinen Job. Seid ihr schon mal an eurem Seil ohne eure Beine hochgeklettert? Er ist doch gerade nur mit seinen Händen an der Kette hoch. Wahnsinn. Junge. Ich kann nicht lesen. Lies mal. Oh, interessant. Sollte ich mir aufschreien? Ich denke, die Schrift verschwindet immer, dass man weiß, man hat das schon. Gut, dann gehen wir jetzt da hin und weiter. So. So. Das ist das Feuer. Dann gehen wir jetzt mal hin. Junge. Ich könnte ein Tier da vorne hören. Ein Keiler. Ich wusste es. Oder nicht. Siehne nicht. Oh. 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 Schieße kontrolliert. Ganz zurückziehen. Vildschweinhaut ist dick. Äh. Ich hab' getroffen, oder? Es sah aus, als wäre er einfach abgeprallt. Ist der Keiler magisch? Hm. Was meinst du? Er sah nicht wie ein normaler Keiler aus. Dann hinterher. Mehr wird hier ab und so ein Zoom-Geräusch, aber... Böses Widder. Ach, das ist der Vogel ohne. Bleib wachsam. Mehr von diesen Leuten? Etwas anderes. Oh. Oh. Und Raugar sind auch hier. Sie wollen gekämpft haben? Ich würde schon sagen, dass sie gekämpft haben. Ha! 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 Ich muss das Lager hier genauer suchen. Ich weiß gerade, ob ich so ein... Münzgeld so hole. Gesichter der Magie. Hoppla. Äh. Ich wollte hier nur nennen. Das ganze Haus ist weg. So. Eigentlich machen wir hier nur einen Wildschwein wieder her. Was ist das da? Alter! Kommt raus und sticht mich hier erstmal ab! Komm! Fertig! Ja! Komm! Ja! Ja! Wenn mir das Geld interessieren, die sich wohl nicht. nicht ними. Da. Er ist unter der Säule durch. Wer? Das Schweinschen. Ahja. Wenn wir das nicht herrt. Ich schaffe das. Ellbogen hoch, Hand ruhig, entspannen. Präzision vor Tempo. Ja! Verlieren nicht. Jetzt war ein Messer voll groß. Komm, guck mal. Der Weg zum Berg, Andres, jetzt wird's neblig. Der Junge ist weg. Super. Er sagt noch. Wie lang? So lang. Alter, mit der Geräuschkulisse wird hier gearbeitet. Rechts rum. Warte auf mich, Junge! Warte auf mich, Junge! Warte auf mich! Atreus! Schöp! Oh, der Vater wird schneller. Und da passen wir kaum durch. Alter! Wir wussten nicht, dass er dir gehört. Tut er nicht. Er ist mein Freund. Der Junge tat, was ich ihm sagte. Dann hilf mir jetzt. Hier, halten. Bitte. Halten! Er verliert Blut. Der Letzte seiner Art und ihr schießt auf ihn. Seid ihr so hungrig? Zielübungen. Zielübungen? Es tut mir so leid. Weiter Druck aus oben. Ich bin schuld. Ich hätte aufpassen sollen. Wer ist sie? Das werde ich nicht zulassen. Du, der Pfeil hat eine Arterie durchtrennt. Finde beide Enden und halte sie fest. Fange links an. Greifen und halten. Nun die rechte Seite. Halt sie fest. Gut. Jetzt zieh sie zusammen. Aneinander. Wieder. So nah. Oh Gott. Du bist eine Hexe. Hier kann ich ihn nicht ganz heilen. Mein Haus ist gleich hinter den Bäumen. Trägst du ihn? Der Knell. Papa, mach. Papa. Papa, hopp. Gut. Er scheint fürs Erste stabil zu sein. Oh, die hat was drauf. Hier lang. Jetzt habe ich ja noch die Sau rumdra. Alter. Kann man nicht schneller laufen? Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht? Sie meinte, ich wachse noch rein. Ja, der Letzte ist eine Art von Larven noch zweit. Du musst dich vermissen, so weit weg von zu Hause. Sie. Sie ist tot. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Zwei, letzter Wunsch. Junge. Das tut mir wirklich gut. Du redest zu viel. Gratoss möchte das nicht. Die hat uns auch gelockt von Larven noch zwei. Jetzt wartet sie auch noch. Wir sind da. Du wohnst in einem Baum? Nicht darin. Darunter. Hey, Billy. Schau. Ist schon gut. Wow, was wird denn das? Das Schildkröte. Heftig. Gucken wir mal die Hirsche. Ist er nett? Junge. Es droht keine Gefahr, versprochen. Die Tierwelt sieht ja Hammer aus hier. Er streichelt nur einfach. Bei irgendwelchen Zimbeldinger ist er auf unserem Kinn. Höhöhöhöhöh. Jesus. Lekt ihn auf den Kreis da. Hält ihn ruhig. Lebst du allein? Es ist besser so. Ja, mein Vater mag Leute auch nicht. Junge. Aber... Hält ihn ruhig. Er verletzt sich selbst. Wie sie sich immer gegenseitig frohen. Was noch? Verdammt so. Du bist ein Gott. Nicht von dieser Welt, aber du bist einer. Er weiß nichts, oder? Von deiner wahren Natur oder seiner eigenen... Das geht dich nichts an. Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen. Glaub mir, ich weiß es. Wenn sie euch finden, was sie werden, wird es sehr schwierig. Der Junge wird Fragen stellen. Das ist dann mein Problem. Was auch immer du verbirgst, du kannst dir nicht ewig beschützen. Aber du hast recht. Geht mich nichts an. Ich brauche auch Gartenschaumkraut. Eine weiße Blume in meinem Garten. Eine Handvoll. Klar. Gartenschaumkraut. Wissen ihr, wie Gartenschaumkraut aussieht? Echt nicht. Aber wir sind ja ein bisschen gewieft. Das hier sieht dann nicht aus wie ein Garten. Wo ist ihr Garten? Gartenschaumkraut. Na, hier was. Aha. Das ist Gartenschaumkraut. Gibt es hier noch was? Nicht wirklich. Hier hat es so Fleischhänge. Okay. Wo ist das rum? Hilfst du mir? Ich schaffe. Ist nicht dann... Hilfst du dir? Wann habe ich... Bei der Jagd auf das Tier. Was ist los mit mir? Wenn ich es verloren hätte... Du hast es verloren. Ich werde ab jetzt besser aufpassen. Ja, ja. Wie er schon brummelt. Boah, das... Charaktertechnisch ist das sowas von ich. Ich habe mal Platz her, du. Ja, das will ich mich umschaue. Das war ja nur das Fenster. Gut, ich gehe mal wieder rennen. Ja, wir haben ja alles. Gut, ich gehe mal wieder головin. Sorry. Gott, ich gehe mal wieder. Ja, genau diese Wand. Gut, ich gehe mal wieder hin... Untertitelung des ZDF, 2020